Ein Name, den man sich unbedingt merken sollte, wenn man ihn nicht ohnehin schon auf der Paläplatte hat. Der junge Mann mit der Brille und dem T-Bar-T-Shirt und dem Rittich zur Kamera. Die große Nachwuchshoffnung. Bayerns, nicht nur Bayerns, auch Deutschlands in seiner Altersklasse um 15, um 14. Da hat er, glaube ich, den einen oder anderen deutschen Meisterkirche schon, kürzlich etwa vor vier Wochen oder so, ganz großartig aufgespielt bei den Jugendschüler Europameisterschaften in seiner Altersklasse Halbfinale. War er da, wenn ich mich recht erinnere, hat das auch leicht gut verfolgt. Da war sogar noch ein bisschen mehr drin und irgendwie hat er ausgerechnet da etwas Eisen erwischt in diesem Halbfinale, wo er deutlich stärker gespielt. Also Top 4 ist auf jeden Fall in Europa, denke ich. Die Eltern, beide hervorragende Stimmigspieler. Papa Zoltolov kam aus Ungarn. Als ungarischer Nationalspieler und ungarischer Mixmeister etc. nach Germany hat hier eine große Tischtenesschule, Mr. Kolbermoor. Da trifft sich die Elite aus ganz Bayern. Talente-Schmiede. Und wie gesagt, sein eigener Sohn spielt da ganz vorne mit. Sohn ist normal in Rückschlag. Mikey Pollo! Das war's. 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 Das war's.